Okay, weird. Wer hat einfach nur die ganze Zeit in die eine Seite geschlagen. Also macht das Sinn, hier alles kaputt zu machen? I don't know. Ich weiß nicht, wo es hier lang geht. Okay, jetzt sind wir am Ende. Pfade, Folge der Straßes, schön. Dann gehen wir nochmal kurz zurück. Wir haben nämlich noch einen Gang, den wir noch nicht gewählt haben. Was wir hier lang, hier lang. Oh ja, der macht irgendwas? Ja, angerottet. Nein, ich wollte gerade wegspringen. Ja, der hat dann noch einmal angegriffen. Oh nein. Was bekommen wir? Oh, wir bekommen eh noch ein halbes Herz dazu. Wir bekommen diese Halsketten. Was war das nochmal? Können wir damit jemanden irgendwas schenken? Ich weiß es nicht mehr. So, dann gehen wir hier hoch. Geht ja nur das. Mal gucken, was wir bekommen. Oder was wir sehen dürfen. Passt. Wieder diesen weg. Weg. Passt. Sehr gut. Dann. Warte hoch. Gut, dass ich das gemacht habe, ha? Aua. Gehen die mir gerade auf den Keks. So eine Vampirklaue würde mir aber jetzt auch gut tun. Krass. Na komm. Danke. Dann gehen wir nochmal zurück, weil dann haben wir hier noch einen Weg. Oh ja, was bekomme ich jetzt? Spawn eine Bombe im ganzen Raum. Sexy. Das nehme ich mir. Das kann sehr eklig werden, gerade beim Boss. Das ging ja in beide Richtungen. Wie geil war das denn? Schön, danke. Und noch ein zusätzliches Herz. Aber ich muss zugeben, ich habe keine Ahnung. Nein, nein, geh weg. Ich habe keine Ahnung, wie wir mal unser Leben hüften, weil mit vier Leben hier uns durchzukämpfen, it's not nice. Also, ich hätte gerne ein wieder aufladbares Teil hier. Was ist das denn? Ladetempo Mittel. Ja, komm. Gönnen wir uns. Göttlicher Wächter und Verwundbarkeit. Baldes Abtrünnigen. Nö, leider nicht. Passt schon. Wir bekommen hier relativ wenig Zeug. Okay, passt. Passt. Weg sind sie. Grab. Gut, dass ich das gerade gemacht habe. Sonst hätte ich mir vielleicht noch eine geklatscht gefangen. Was gibt's? Vampirpanzerhandschuhe. Das ist das, was ich will. Wir bekommen Leben zurück. Passt. Also, wir können Leben zurückbekommen, wohlgemerkt. Wir müssen es nicht. Oha. Alter, was? Gehen wir doch nicht auf den Keks, Alter. Haben wir ein bisschen was zurückbekommen? Und wir haben ein bisschen Leben bekommen. Das tut gut. Wenn auch nicht viel. Okay. Oha. Oha. Ein bisschen Kohlen bekommen. Okay, jetzt kommt's wohl zum Endboss. So. Elikos. More Mace. Alter, was? Aua. Eingefroren. Uah. Oh, verdammt. Oh. Okay, passt. Das Problem ist, dass er immer aus der Karte fliegt. Weswegen ich ihn nicht perfekt erwischen kann. Und tschüss. So geht's uns. Kürbisse. Dann würde ich die Kürbisse nehmen, weil die Kürbisse sehe ich jetzt das erste Mal. Nice. Viermal müssen wir es schaffen. Und dann können wir uns um den Boss kümmern. Where is the boss? Oh, ein paar Fische haben wir bekommen, ne? 85 getötet. Oh, das ging ja. Da waren wir doch sehr erfolgreich. Ne, 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 ne. Passt schon. Keine Ahnung. Wir beweisen uns das Gegenteil. Okay. Wir gehen jetzt erst mal hier rein, Leute. Wir müssen erst mal Gottesdienst halten. Abwart. Ich brauche erst mal eure Punkte. Ah, wir hätten noch den einen dazu holen können, aber bevor es Nacht wird oder so. Wäre nicht so schön. Danke. Jawollo. Oh, und da sind ein paar aufgestiegen. Sehr schön. Oh Gott. Gut, wir können eine neue Doktrin verkündigen. Verkündin. Nicht verkündigen. Machen wir das hier. Anhänger ermorden. Was? Damit dann auf eine höhere Ebene Seins aufsteigen kann. Oh. Passt. Machen wir das? Ermorden ist, finde ich, ein bisschen doof. Ich wähle immer das Humana, habe ich das Gefühl. Oder das Humana-Re. I don't know. Danke. Oha, was ist jetzt los? Höhere Form des Seins. Kann ich das Leid durchführen? Das kostet nur Knochen, ne? Wen nehmen wir denn? Probieren wir es mal. Mal gucken, was passiert. Ah. Der ist dann nicht mehr so ganz am Leben. Okay. Das ist wohl ein Ritual-Mod. Ist aber nicht wild. Aber jetzt wissen wir, wie das geht. Jetzt habe ich natürlich den mit den meisten Punkten verloren. Aber dann können wir ja die Älteren alle Ah. Wir können erstmal göttliche Inspiration wählen hier. Boah. Düngersilo. Diese ganzen Krankheiten würde ich gerne bekämpfen wollen. Ich hätte den Älteren einfach nehmen sollen. In so einem Trottel. Warte mal. Können wir? Warte ganz kurz. Ich habe noch eine Idee. Wir haben ja noch eine Möglichkeit. Das? Können wir das machen? Ja. Ich gucke mal, ob ich eine ältere Person mitnehmen kann. Ja. Ja. Ciao. Dann sparen wir uns. Äh. Hier. Oh Gott. Ciao. Und wir sind sogar eine Stufe ab. Guck das Necromanten. Ja komm. Wir nehmen uns das hier. Eifer, dann können wir mehr zaubern. Passt. Und die nächste Stufe ist frei. Oh Gott, da kommt ja noch mehr. Und da kommt noch ein bisschen was. Okay, also merke, das macht Sinn. Ah, die Leute sind deswegen beunruhigt. Naja. Passiert. So. Also merkt euch, wir müssen gucken, dass wir die Älteren gerade alle loswerden. So dumm es klingt. Damit wir sie nicht immer beerdigen müssen. Ich hoffe nur jetzt nicht, dass der eine da vorne dann auch das Zeitliche singt. Das wäre ein bisschen blöd. Für so die gesamte Situation, ne? Wir haben ja ein paar Pilze. Wir bringen... Ah, wir können diesem Typen da das noch bringen, ne? Was machen wir noch? Alter. Okay. Hier ist ein bisschen was gewachsen, würde ich sagen. Wir haben aber auch gut Geld mitgebracht. 105 haben wir. Ich gucke mal, wir können ja bei der Person da draußen Nämlich... Soweit ich weiß... Hier. Quando Costa. Es bringt einen. Okay. Machen wir das in der Hoffnung, dass wir vielleicht ein bisschen was bekommen. Eins. Also, und der Rest. Machen wir einfach das hier. Passt schon. Achso, stimmt. Du bist ja auch da. Jaja. Du bist Teil von uns. Kade. True believer. Ähm. Gehst du mal auf der Farm arbeiten? Wenn es geht. Jetzt will ich mal was gucken. Schlafen. Schlafen. Etwas essen. Ah ja. Aha, aha. Okay, Moment. Dann machen wir das mal. Ach nö. Das Ding ist kaputt. Warte mal. Wenn ich dir diese Kette hier gebe. Nice. Danke. Spaß. Was? Nein. Nein, 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 nein. So. Geschenk. Das da? Wir haben ja ein paar Geschenke. Das ist vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, ein paar rauszugeben. Übrigens sollte ich mal gucken, ob man das reparieren kann. So wie hier jetzt. Ne. Müssen wir einfach abreißen. Ey Kumpel. Ich hab was für dich. Hab ich noch so eine Natur? Ey, 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 ey. Ah, okay, okay, okay. Ich könnte ihm eine Halskette geben. Dann könnte ich jetzt auch was geben. Auch eine Naturhalskette. So, das vergisst man dann doch wieder mal. Wie sieht's denn aus? Eine Puppe. Danke. Fünf. Schön. Dann verbessern wir die Leute nach und nach damit. Wie sieht's denn mit dir aus? Okay, gut. Die gehen jetzt erstmal pennen. Und wir haben eine neue göttliche Inspiration freigeschaltet. Das wollen wir das Heilerhaus. Äh, äh, den Reinigungs-Jedöns hier. Passt. Unser Problem ist gerade ein bisschen Gold, ne? So. Als allererstes, bevor wir irgendwas machen. Wir brauchen eine Hütte hier. Und wir brauchen zwei Hütten da unten. Wobei eine sollte reichen. Ich kann hier kochen. Tödliches Gericht. Klägliche Kürbissuppe. Deftige Fleischbrühe. Einmal Fischgerichte. Anhängerfleisch. Okay. 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 Wir kochen ganz viele Gerichte für die Leute. Boah, die Kekelk-K-K-K-K-K-K-K K-K-K-K-K-K-K super. Haben wir unsere Ruhe, was das angeht. Perfekt. Hier hat jemand defikiert. ein leuchten der dünger bisschen davon haben auch noch bekommen er hat was für mich was ist das was haben wir noch mal für ihn gemacht ich weiß es nicht mehr irgendwas ja glaube der glaube verbindet uns ach so wir können ja können wir noch eins hochlevel nein können wir nicht aber wir hätten das hier verwenden können was sehr gut denke ich nehme mir deine punkte sehr gerne ganz ruhig was essen die leute sind hungrig die werden jetzt gleich was zu essen haben ich teleportiere mich mal zu mushroom kingdom die spuren grotte tag 22 station selten dekoration die alle von unseren großen einfach dem glorreichen so so gefunden wurden ja für pilze mehr pilze ok karten 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 das ist ja liebens tempo das ist natürlich ganz cool aber ich habe jetzt gerade nobody kohle champion der champions nur ein kleiner witz den so zu gerne macht ja ja okay du wirst so zu sammeln ja so zu können anhängen so zu weist das einfach ja ja er wird an deinem altar bieten hallo so zu jetzt reden wir so zu reißen was zeig dir wie kraft des pilzes nutzen kannst damit zu breite kleine ok gut nicht bei so zu anwenden ok ok ich bringe dir pulze mit jajaja gib mir gib mir gib mir aber nicht genug bring so zu mehr und so zu bitte ok was bekommen wir bekommen ein teil und diesem wappen interesting danke was was haben wir die mahlzeiten hat er nicht gefangen ok so zu bitte ok tritt zurück und du bekommst deine gehörnwäsche jetzt bin ich mal gespannt